Warum musste nur ich meine Identitätskarte zeigen? Ist das wegen meiner Hautfarbe oder so? Er konnte nicht antworten, der Polizist. Er hat gesagt, ja, ich weiß, was ich tun soll, bla bla bla. Diese braune Farbe haben sie, ah, meine Frau hat gesagt, Leute haben berührt, oder? Sie haben gedacht, das war Dreck oder vielleicht das war Farbe oder so, künstliche Farbe. Damals war so. Aber damals waren Leute freundlicher als heute, weil meine Kinder haben immer Geschenke bekommen auf der Straße und Schokolade und die Leute haben immer gesagt, ah, das ist ein schönes Kind, aber sie haben nie ausländische Kinder zum Beispiel, asiatische Kinder haben sie nie gesehen, aber England war für mich viel besser, viel besser gefallen als hier in der Schweiz, weil England ist mit international. Leute verstehen viel besser dort und hier war eigentlich für mich schwierig, weil das war viel geschlossener als England hier, das Mentalität, oder? Und Leute haben mir gefragt, von wo kommen sie, aber England fragt man nicht, oder? Weil es gibt sehr viele Leute von ganzer Länder, wie in Amerika, oder? Alle sind dort wie Einheimische. Zum Beispiel habe ich gehört, als Bananen zuerst hier kamen, Leute haben da nicht berührt, oder? Sie haben Angst gehabt, oder? Und jetzt sehen wir, aber das dauert lange. Vielleicht Jahrzehnte, bis jemand das probieren kann und langsam, langsam akzeptieren kann. Und die Lebensbedingungen sind, hier, man lebt in Wohnungen, auf England, jeder hat ein Haus. So kann man nicht zum Beispiel nicht laut reden und Kinder müssen still sein und so. Das ist für mich schwierig, oder? Das war sehr strukturiert hier, zu viel, zu viele Regeln und so weiter. In England nicht, mehr locker, eher locker. Das Leben ist lockerer dort. Das ganze Leben war ich mit Schweizer zusammen, hier. Das hat viel geholfen. Und die Leute, die ich kannte, waren eigentlich Schüler, oder? So, ich habe eine gewisse Image. So, das hat viel geholfen. Und sie waren auch freundlich. Und so, ich war jemand hier, oder? Nicht niemand, eigentlich. Aber dieses Gefühl war gut. Nachher, die Kinder sind aufgewachsen. Und sie haben hier Stellungen bekommen. Und in Indien, langsam habe ich niemanden mehr gehabt. Und viele sind gestorben inzwischen. Langsam kam eine neue Generation dort. Und wenn ich in Indien gehe, ich habe immer weniger Bekannte, weniger Freunde. Und dann habe ich mehr Freunde hier als in Indien jetzt. Man ist gezwungen, irgendwie hier zu leben und hier zu integrieren. Und das habe ich gemacht. Heimat für mich bedeutet Familie mehr. Wo die Kinder sind, wo die Familie, wo die Freunde. Das ist für mich Heimat. Aber okay, wir haben auch, ich vermisse auch die Jugendzeiten zum Beispiel, wo ich lebte dort damals und Haus und Landschaft. Aber das ist langsam anders jetzt. Weil dort gibt es auch viele Wohnblocks und Fabriken und so weiter. So, jetzt verstehe ich Heimat bedeutet, wo wir unsere Freunde haben, unsere Familie haben. Das ist für mich Heimat. Weil ich kenne hier auch viele, viele Leute und die sind freundlich und nett. So langsam, das wird meine Heimat. Aber Heimat bedeutet auch ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung. Ein eigenes Haus, das spielt eine große Rolle. Aber das habe ich leider nicht. Immer in einem Mietwohnungen zu leben. Und man kriegt immer eine Mitteilung, wir werden renovieren und bla bla bla. Und man muss immer zügeln. Das ist kein schönes Gefühl. Das ist ein großer Block, ein großer Hindernis. Weil dann muss ich zu einem neuen Ort zügeln und dort muss ich wieder neu einfangen. Ich bin Christ und gläubiger Christ. Aber es geht nicht viel in der Kirche. Weil in der Kirche sind auch irgendwelche Leute. Ich weiß nicht, wie in anderen Ländern. Die Kirche ist mehr ein Club, ich glaube hier. Ich glaube fest an Jesus Christus. Und ich glaube, das ist eine einzige Zukunft. Und das muss ich mehr Leute überzeugen lassen und als Christ arbeiten. Und was ich dienen, mein Herr dienen. Das ist mein Traum. Einziger Traum jetzt. Kein anderer Traum.